Guten Tag, ich bin der Bertram und das ist der Bruno. Der Bruno ist 40 Jahre alt und ich bin 42 Jahre alt und wir wohnen auch immer bei der Mama und haben keinen Beruf. Aber wir helfen der Mama im Haushalt, weil da ist immer viel zu tun, weil die Mama ja zwei Kinder hat. Ich bastel gerne. Ich klau der Mama immer Zigaretten und daraus bastel ich solche schönen Dinge. Die Mama raucht ja total viel. Die hat jeden Morgen die Auswurf im Badezimmer, weil sie so viel raucht. Und im Auswurf hat sie so viele Tabakinhaltsstoffe, dass sie sich jeden Morgen aus dem Auswurf eine neue Zigarette drehen kann. Ich bastel gerne und der Bruno mag Chemie. Der Bruno hat zum Geburtstag von der Mama einen Chemiekasten bekommen und 100 Euro. Und ich habe noch 25 Euro von der Oma, die ich zum Namenstag 1997 bekommen habe. Mit diesem Geld möchten wir gerne zu einem Atomkraftwerk fahren und zwar zum Atomkraftwerk nach Boho-Nize. Wir lieben nämlich Atomkraft, Zigaretten und Chemie. Auf diesem Weg suchen wir eine Frau, die uns dorthin begleitet. Diese Frau sollte so aussehen wie unsere Mama oder unsere Oma. Diese Frau sollte auch nichts von Anti-Autorinär-Anti-Anti-No... Rauchen soll sie! Die Mutti soll rauchen. Nein, die Frau soll rauchen. Die Frau soll wieder rauchen. Nein, nicht wieder. Sie soll rauchen. Die Frau soll Raucherin sein. Wie die Mama. Und sie soll uns immer was Warmes zum Anziehen geben, damit wir nicht frieren. Wenn du diese Frau sein möchtest, dann schreibe doch an die Redaktion. Kennwort Chemiekasten. Die Frau soll es dir sein. 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 Vielen Dank.